Ein wichtiger Moment steht bevor in dieser Champions-League-Kampagne bei F2-Fans. Herzlich willkommen hier in Sofia, in der bulgarischen Hauptstadt. Herzlich willkommen in Vasil-Levski-Stadion, hier in Sofia oder der FC Basel. Morgen gegen Ludo Goretz Rasgrat, das vielleicht das wichtigste Spiel bis jetzt in dieser Saison hat. Wenn ihr seht, gerade hinter uns ist die Mannschaft am Trainieren im Stadion. Es ist das Abschlusstraining vor dem wichtigen Match von Monzobe. Und über diesen Match und über die Kampagne reden wir jetzt. Hier links mit meinem Interviewgast, der Präsident vom FC Basel, Bernhard Häusler. Hallo Bernhard, schön bist du bei uns jetzt oben. Wir haben uns angesprochen, eine extrem wichtige Partie. Morgen, du hast das Match schon erlebt in der Champions League und auch in der Europa League. Wie gehst du persönlich mit der Vorfreude vor diesem Match? Ja, es ist eine Vorfreude und eine Anspannung, das ist klar. Aber es ist tatsächlich so, dass es morgen ein Match ist, wo man eigentlich sagen kann, wenn du in der Türme bist, Präsident oder schaffst du in einem Klub. Denn dann kommst du hier morgen, das Stadion wird sehr gut gefüllt, diese riesige Atmosphäre gegen uns. Unsere müssen auch dagegenheben und wir wissen, eigentlich geht es zum Top oder Flop um die Qualifikation für die Europa League Sechzertelfinale. Und das sind die Ausgangslagen, die spannend machen. Es ist natürlich auch eine schwierige Ausgangslage. Arsenal ist da 2-0 hinter drei gewesen. Auch PSG musste den Rückstand aufholen. Es wird schwierig für den FC Basel. Was erwartest du für ein Match? Ja, das wird wirklich schwierig. Heutzutage habe ich im Hotel noch einmal den Match schauen. Der grösste Teil des Matches gegen Arsenal. Die spielen wirklich gut. Wir haben sie ja schon zweimal hier erlebt. Wir haben sie ja auch in Basel erlebt. Die sind gut organisiert. Das ist einfach ein Top-Klub. In Bulgarien der Serienmeister mittlerweile. Und von daher erwarte ich morgen einen schwierigen Kampf. Und es wird auch sicher wieder entscheiden, ob unsere Fähigkeiten in dieser Stimmung und in der Atmosphäre dagegen zu halten. Und dann das nötige Wettkampfglück braucht es dann auch in so einem Match, dass man so einen Match, der sicher eng wird, gewinnen kann. Die Erwartungen sind hoch. Wie gehst du vielleicht auch mit Leuten, die denken, man muss hier gewinnen, oder? Ja, das ist mir eigentlich relativ gleich. Wichtig ist, dass wir die richtigen Erwartungen haben. Und auch die richtigen Erwartungen kommunizieren, intern ein Ziel formulieren. Und wir wissen genau, morgen geht es um eines der sportlichen Ziele. Das ist viel, aber auch nicht mehr. Es geht morgen nicht um das Schicksal des FCB. Es geht nicht um weiterhin glücklichen FCB-Fan oder Präsident sein oder nicht. Es geht einfach darum, ob man morgen Dritter werden kann in der Gruppe. Vielleicht, höchstwahrscheinlich, entscheidet sich morgen. Aber mehr nicht. Du bist ja ganz nah an der Mannschaft, bei diesen Auswärtsreisen. Du bist im Flug, du issest auch mit der Mannschaft zusammen. Wie ist das Klima? Wie hast du die Mannschaft heute gesehen? Ja, was soll ich sagen? Natürlich sind sie bereit. Wirken sie. Sie sind angespannt. Das merkt man schon. Aber haben sie auch untereinander gut. Es wird auch zum Teil gelacht am Mittagessen. Es ist nicht so, dass jeder in sich gekehrt ist. Es ist natürlich auch noch eine Zeit, bis zum Match. Morgen ist dann die Stimmung und die Atmosphäre immer eine andere vorm Spiel. oder dann auch nach dem Mittagessen, wenn dann wieder die Konzentration auf dem Match anfängt, dann ist sehr grosse Ruhe und auch eine gewisse Anspannung spürbar bei allen. Bernhard, vielen Dank für den Einblick und morgen einen guten Match. Dankeschön auch, merci. Das ist also das Wort von unserem Präsidenten Bernhard Häusler. Und währenddessen trainiert die Mannschaft weiter. Wir dürfen noch ein bisschen drin bleiben. Was es sicher zu sagen gibt, wir spielen morgen in Sofia. Das ist eigentlich gar nicht die Heimatstätte von Ludo Goretz, Rassgrad. Die Mannschaft kommt eigentlich aus Grasgrad. Das ist ganze 333 Kilometer von Sofia entfernt. Spielen tut man hier aber im Nationalstadion. Und der Grund ist ganz einfach. Das Stadion in Ludo Goretz, Rassgrad, das ist nicht UEFA-tauglich. Und was auch noch ist, der Match findet hier morgen am Viertel vor 10 Uhr in die Oberstadt statt. Hier ist der Grund auch ganz einfach. Bulgarien liegt in der Zeitzone nämlich eine Stunde vor der Schweiz. Aber für Sie zu Hause, für Euch zu Hause bleibt alles bemalt. Der Abpfiff ist am Viertel vor 9 Uhr hier im Nationalstadion. Von Sofia bis dahin. Alles Gute, macht's gut und tschüss zusammen.